Und da sind wir auch schon wieder. Wir müssen natürlich etwas leiser sein, da ich keine Ahnung habe, ob ich jetzt in der Auftauch... Hey, komm mal her! Warum bist du nur weg hier rein? Oh nein, bleib doch hier! Da kommt jemand. Da kommt jemand. Okay, das sind nur Puppen. Hab doch keine Angst vor uns. Wir schaffen das gemeinsam. Ja, natürlich. Ja, was denn? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh nein. Komm! Schnell! Wer auch immer du sein magst. Okay, wir sind auf dem Dachboden. Okay, da ist ein Schlüssel dafür, die Kurbel. Sehr schön. Oh, können wir das nochmal probieren? Sehr gut. Ich ahne Schlimmes. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Puppen im Spiel. Ich hasse sie. Bis jetzt gehts ja noch. Bis jetzt gehts ja noch. So. Ähm. Nein. Oh doch. Was zur Hölle. Haben wir den Schlüssel jetzt? Hallo? Schlüssel? Ich hoffe es. Und jetzt? Wieder zurück? Sehr schön. Bis jetzt ist noch alles ruhig. Ich hab da ein ganz, ganz mieses Gefühl. Ah, okay. Wir müssen also den Schlüssel nicht mehr tragen. Ach komm, den Spaß müssen wir uns machen. Es geht leider nicht auf. Oh doch. Wir können was machen. Alter. Hallo? Was war das? Haben wir jetzt nen Hut bekommen? Nein. Hä? Was war das? Was war das? Oh, okay. Okay. Hm. Hm. Ah. Okay. Okay. So Da schläft doch jemand Ich weiß nicht, ob ich da hin will Wir probieren es Okay Nö Mach einfach weiter, wir sind gar nicht da Oh, verdammt Alter Da, äh, danke Alter, der hat uns getroffen Oh, sorry, sorry, sorry Nein, 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 nein Alter, nimm die Maske ab, Kollege Wie, wie konnte der uns treffen? Ciao mit V Hä, der schießt doch Das verstehe ich nicht Alter, Jäger Der hat uns getroffen Ist es nicht mehr freilich Na komm, schieß Kleiner Ganover Oh, ho, ho, ho Oh, ho, ho Oh, ho, ho Oh, guckt mal Brüderchen und Schwesterchen Ihr merkt, ihr könnt es ja nicht spüren Na, aber mein Controller, alter, der vibriert gerade ein bisschen Alter, das ist nicht cool Das ist echt nicht cool Da ist ein Kaninchenbau, da muss man rein Ciao Alter, warum Nein, wir sind nicht da Wir sind absolut nicht da Das, was du siehst, ist nur in deinem Kopf Alles ist gut Oh, das müssen wir jetzt genau timen Alter, der schießt hier durch Sehr schön Ja, wie nennen wir den denn jetzt? Wir sind der Kartonmensch Aber Ich weiß, ist das ein Junge? Ist das ein Mädchen? Achso, wir müssen ja warten Schon wieder eine Brücke Aber das hier sieht doch so verdächtig aus Aha Oha Oh, ich hab's geschafft Da ist irgendwas drinnen Das leuchtet da so Oh, es ist ein Hut Könnt ich hier irgendwas machen? Ich will den Hut haben Warum kann ich den Hut nicht haben? Haben wir irgendwas hier? Was für den... Ich wollte jetzt kein Händchen halten Aber vielleicht von der anderen Seite ran Andi, wir kommen ja gar nicht auf die andere Seite Doch, wir kommen auf die andere Seite, oder? So, einmal nach oben Einmal da Ne, kommen wir nicht Ja, wir sind gestorben Alles ist gut Das war nur unsere eigene Dummheit Okay, das geht nicht Wie kriege ich jetzt das Hütchen? Na, klettere doch da nicht runter Ja, das geht nicht Doch, wir gehen in die Mitte Also, wir gehen wieder Ich bin gestorben Ich werde zurück Ich bin gestorben Oh, sehr schön. So, die müssten wir jetzt sagen. Setze gesammelte Hüte im Pausenmenü auf. Oh, guckt. Schick. Wir haben ein Gesicht. Nein, der ist schon wieder da. Was machst du? Oh, 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 oh. ja schließt den fernseher kaputt so ziemlich hoch ziemlich hoch ziemlich hoch alter hohohoho Wir hatten mal einen gelben Hut. Guckt euch an, wie wir aussehen. Hier, alles voll geschmuttert. Okay, wir können also auch ertrinken anscheinend. Ja, warum bleibst du denn stehen? Okay, der hat uns nicht viel gekriegt. Na, komm. Na, was? Ich meine, ich könnte euch alle Tode zeigen, aber... Ja, habt ihr gesehen, er ist einfach weggeploppt. Und da ist er wieder. Oh, wow. 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 Hups. Was ist da denn passiert? Holy Shit. Das muss ich jetzt erstmal verdauen Der Wolf ist tot Aber wir kommen nicht mehr zurück, schade Ich wollte mal gucken gehen Hey, aber wir haben wieder einen gelben Hut Das ist ja schon mal viel wert, ne Dann würde ich sagen, bedanke ich mich beim Zuschauen Bleibt wachsam, bis zum nächsten Mal Ciao